So meine Lieben, also auf geht's. Herzlich willkommen zu dieser Mission. Ihr habt es im letzten Part wahrscheinlich schon gesehen, dass wir uns hier ein bisschen umgesehen haben. Und wir werden jetzt erst einmal anfangen, unsere Stadt aufzubauen. Das werden wir hier oben tun, denn hier können wir nicht nur Fisch, sondern auch Jagdgebiete errichten. Und dementsprechend die Leute hier ansiedeln. Wie sieht es aus mit der Karte? Ja, doch ganz gut. Gut. Okay, ich bin gespannt, wie wir an Bronze kommen wollen, um nachher die ganzen Bedürfnisse zu erfüllen. Hier kommt die Agora hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ihr kennt es, wir machen es so wie bei dem einen Part, wo wir auch die Agoras hingestellt haben. Nämlich so schön versetzt. Das sind jetzt fünf, sechs, sieben, acht. Da haben wir schon mal 16. Dazwischen können wir weitere, ich brauche erst eine Straße, weitere Gebäude hinstellen, beziehungsweise Gärten anpflanzen, dass die Leute sagen, es ist attraktiv genug. So, und dann müssten wir erst mal ein gutes Wohngebiet haben, das wunderbar von allen Seiten versorgt wird. Ach ja, so ist Leben. Und so darf es bleiben. Wir werden zwei Agoras links und rechts verteilen, werden dann auch zwei Brunnen, zwei Architektenposten haben und so weiter und so fort. Also es wird sehr, sehr viel geben. Da wohnen die Leute. So, jetzt brauchen wir was zu essen. Das heißt, na obwohl, wir bauen erst mal ein Architektenbüro. Nummer eins. Und Nummer zwei. Ich baue hier mal noch eine Straße hoch. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das sonst alles einstürzt. Wir brauchen einen Brunnen da. Einen hier. Wir brauchen eine Klinik. Und damit ist das Wichtigste erst mal drin. Jetzt kommen die Farmen, beziehungsweise die Jagdhöfe. Eins, zwei. Wie weit sind die Schweine weg? Oh, ziemlich weit. Das war also dumm. Dann reiße ich den wieder ab, den einen Jagdhof. Benötigte Mitarbeiter. Erzähl mir mal was Neues. Geschwindigkeit jetzt erst mal wieder hochstellen, dass die erst mal alle in die Stadt kommen. Dann ziehen wir die Straße nämlich hier entlang. Dann ist das näher an den Schweinen dran. Dann haben die das nicht ganz so weit zur Jagd. Die Stadt benötigt mehr Arbeitskräfte. Nein. Sowas. Dann brauchen wir ein Silo, dass wir das Essen einlagern können. Nochmal weg. Neues Silo bauen. Gut. Und ein Architektenbüro, das auch hier oben aufpasst, dass die Gebäude nicht einstürzen. So. Und jetzt kann die Geschwindigkeit wieder normal gestellt werden. Auf geht's. Leute, kommt in die Stadt. Bevölkert diese Region. Preissenkungen für Weizen. Ja. Gleich werden wir noch die neue Stadt entdecken. Werden mit der Handel treiben können. Das ist super. Noch haben wir mehr als ausreichend Geld. 26.000 Drachmen stehen uns zur Verfügung. Und es wird weitaus mehr sein, wenn die Leute hier erstmal alle einziehen, was zu essen bekommen. Und Paläste mit Steuerbüros gebaut werden. Ja. Steuern. Ich liebe Steuern. Ich zahle selber sogar gerne Steuern. Weil ich weiß, was damit alles bezahlt wird. So. Platz für vier Bewohner. Also das Doppelte von dem, was wir jetzt aktuell haben. Oh. Wir kriegen jetzt schon Marmor. Warte, warte, warte. Dann baue ich mal gleich ein Lagerhaus. Das bauen wir mal hier mit hin. Nichts annehmen außer Marmor. Wollte der uns mehr geben als das, was wir einlagern können? Dann baue ich jetzt noch ein zweites Lagerhaus. Ich weiß, wir brauchen mehr Leute. Marmor annehmen. Puh. Mit so einer frühen Lieferung hätte ich gar nicht gerechnet. Aber schön. Bevölkerungsziel erreicht, beziehungsweise Zahl. 100 Leute bevölkern schon unsere Stadt. Zypern entdeckt. Juhu. Agor schenkt Marmor. 27 Platten. Immerhin. Und wir brauchen noch 57 Leute, die für uns arbeiten. Da kommen sie. Alles unsere Arbeitskräfte. Sehr schön. Wenn wir erstmal die Agora haben, geht's aufwärts. Dann kriegen wir auch weitaus mehr Arbeitskräfte. Und dann können wir eigentlich lauter so eine Reihen machen. Bis unten hin. Die werden dann alle wunderbar versorgt. Mit allem, was sie brauchen. Wasser ist genug da. Es wird aufgepasst, dass nichts zusammenbricht. Hier oben können wir die Fischerhütten bauen. Da werden Schweine gejagt. Heiligtümer können wir nachher auch noch errichten. Alles ist super. Allerdings ist das mit dem Fleisch ein bisschen unbeständig. Deswegen werde ich mich jetzt auch schon mal um Fischerhütten kümmern. Sobald wir mehr Arbeitskräfte zur Verfügung stehen haben. Arbeitsmarkt sieht gut aus. Dann bauen wir jetzt unsere Agora. Die einfache dorthin und dorthin. In der Mitte kann dann ein Theater stehen. Podien und sowas. Alle stellen wir oben mit hin. Wir brauchen also auch den Lebensmittelhändler. Nummer 1 und Nummer 2. So, die gehen gleich los und holen das Essen, das schon bereit liegt. Achtmal Fleisch ist schon eingelagert. Das heißt, sie werden auf jeden Fall was bekommen. Beide. Gut, die eine hat schon acht geholt. Dreimal Fleisch liegt noch vor. Und die können natürlich jetzt jederzeit immer bei dem anderen gleich mittelang laufen. Immer im Kreis. Sollte mich wundern, wenn sie es nicht schaffen, ihre Leute zu versorgen. Und Zypern blüht und gedeiht. So, die alle haben was. Die alle haben Wasser. Die alle haben Nahrung. Und jetzt brauchen sie Zugang zur Kultur. Das ist aber schön. Ich liebe es, wenn meine Stadt in der Sonne glitzert. Aber ich brauche jetzt erstmal hier zwei Sperren, dass die da definitiv nicht durchlaufen. Und dann werden wir hier weitere Leute hinstellen. Ich gucke erstmal, wie sieht es aktuell aus in dem Arbeitsmarkt. Ah, ganz gut. Das müssen natürlich die Leute auch erstmal einziehen in die ganzen Häuser, die jetzt hier gewachsen sind. Wir haben noch Platz für acht. Also das Doppelte von dem, was jetzt aktuell hier wohnt, wird gleich einziehen. Das heißt, wir können uns auch wieder um Fisch kümmern. Fischer helfen. Eins, zwei, drei, vier. Gut. Mehr geht nicht. Das ist natürlich traurig. Ach, nun lass mich das doch bauen. So ist schön. Benötigte Mitarbeiter, ganz klar. Aber hey, dafür werden wir jede Menge Essen bekommen. So, das läuft. Dann brauchen wir eine Straße runter. Ich reiß mal das Teil hier ab. Wir bauen hier eine Sperre hin. Und wir brauchen noch ein Architektenbüro, das aufpasst, dass nichts zusammenbricht. Weder die Fischerhäfen noch sonst irgendwas. Gut. Der Arbeitsmarkt sieht immer noch gut aus. Jeder, der jetzt dazu kommt, wird dafür sorgen, dass wir dementsprechend jetzt Schulen fertig machen können für unsere Redner. Das heißt, auch hier werde ich die Straße jetzt erweitern, eine Sperre hinbauen. Und wir stellen hier noch ein weiteres Architektenbüro auf. Zusammen mit Kultur. Kultur in Form von einer Philosophenschule. Die gehen jetzt hinten jagen, weil sie vorne keine Schweine mehr finden. Soll mir recht sein. Wir brauchen das Podium für die Philosophen. Jetzt haben wir schon 500 Leute, die bei uns in der Stadt wohnen. 21% Arbeitslosigkeit. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Was können wir denn anpflanzen? Wir haben Sägemühlen und Münzereien. Die Sägemühlen werden wir hier vorne mit hinstellen. Drei, vier. So, dann brauchen wir dementsprechend auch ein Lagerhaus, das das Holz aufnimmt. Nichts annehmen außer Holz. Und noch ein weiteres Architektenbüro, das aufpasst, dass nichts zusammenbricht. Wie sieht sie jetzt aus? Zwölf Arbeiter noch nötig. Ah, sehr schön. Wir brauchen wieder neue Leute. Keine Sorge, das wird schon. Und das nächste, was unsere Leute brauchen, ist Wolle. Wolle können wir leider nicht selbst produzieren, müssen wir importieren. Aber wir könnten Bildhauer-Ateliers fertig machen. Das einzige, was wir haben, ist tatsächlich was anderes. Was ist denn jetzt mit den Rohstoffen? Zeig mir mal eine Münzerei. Kriege ich daraus denn Bronze gezaubert? Eine Münzerei. Die kann ich überall hinstellen. Aber die wird dir deine Bronze bloß irgendwo herholen, oder was? Ich baue die jetzt einfach mal hier mit hin. Und guck mal, wo der langläuft. Der läuft runter. Der läuft wahrscheinlich einfach nur hier vorne hin, oder? Nee, er läuft weiter. Da laufen die hin. Halle des Perseus. Oh, großes Oberhauptbiso. Sie können jetzt eine Halle für den berühmten Perseus bauen. Zypern kauft mehr Wein. Das ist aber schön. Bald wird das Erz hier zu harter Münze. Bald wird das Erz hier zu harter Münze. Aha, die bauen dort Erz ab. Das ist interessant, ja. Interessant ist aber auch die kleine Schwester von... Sag ich nicht. Äh, wir ziehen mal die Straße noch ein bisschen weiter. Dann bauen wir dort weitere Münzereien hin. Eventuell können wir Bronze verkaufen. Bildhaueratelier. Münzereien hier mit hin. Wir haben noch 13% Arbeitslosigkeit. Die wird sich gleich erledigen. 6%. Schon ist sie kein Problem mehr. Und wir brauchen ein Lagerhaus für Bronze. Nichts annehmen außer Bronze. Sehr schön. Wir haben Fisch, wir haben Fleisch. Die Leute sind also alle super mit Essen versorgt. Das ist perfekt. Podium haben wir gebaut. Wir haben alles andere gebaut. Die Gegend soll attraktiver werden. Dafür kann ich auch schon mal sorgen. Da bauen wir ein paar Parks in die Mitte. Und schon wollen sie Wolle haben. Werden sie hoffentlich bald bekommen. Argos schenkt Marmor. Marmor nehme ich natürlich gerne an. Aus Marmor und Bronze. Kann ich dann dementsprechend Skulpturen herstellen. Und diese verkaufen. Jetzt gucken wir erstmal, wer uns was abkauft. Käse und Wolle können wir verkaufen an... Mykene. Habe ich beides nicht. Tut mir leid, kann ich nicht mit ihnen. Verkaufen Holz. Das tue ich auch. Dann haben wir Argos selber. Wir haben aber keine... Keinen Punkt, um irgendwie nach Kalidon zu kommen. Argos kauft Bronze. Wir können also an unsere Heimatstadt Bronze verkaufen. Sehr gut. Und Treusen kauft Marmor und Wolle. In Ordnung. Das heißt, ich werde weitere Münzereien bauen. Und dann natürlich versuchen, mich mit Bronze über Wasser zu halten. Wie sieht es aus mit Statuen, mit Skulpturen? Millet sind wir. Äthiopien braucht Wein. Zypern kauft Wein, verkauft Bronze. Habe ich selber. Tainarum. Keiner weiß, was das soll. Ist einfach nur da. Das ist aber doof. Na gut. Wenn das so ist, dann wieder zurück. Meine Güte. Ich werde heiser. Ich kann gleich nicht mehr sprechen. So. Ein Palast brauchen wir. Den stellen wir... hier mit hin. So, dann haben wir schon mal die Ersten, die auf uns aufpassen. Wir werden außerdem ein Steuerbüro bauen. Das kommt... Ja, ich weiß nicht. Wo will ich das Theater hin haben? Das passt natürlich nur so. Baue ich das da mit hin? Ich weiß, ich brauche eine Schauspielschule. Die kann ich auch schon mal bauen. Bauen Sie ein Theater für die Schauspielschule. Ja, mein Lieber. Das habe ich schon. Dann brauchen wir... keinen Brunnen. Wir brauchen... Lass mich mal gucken. Agora. Ja, schön, dass du das bist. Ich will das Steuerbüro haben. So, damit ich von meinen Leuten wenigstens schon Steuern sammeln kann. Ich weiß, das ist sehr unattraktiv. Aber wir werden weitere Parks bauen. Und dann heulen wir nicht mehr so viel rum. Okay. Dann können wir jetzt hier die Straße erweitern. Hier werden bald neue Leute leben. Aktuell sieht der Arbeitsmarkt ganz gut aus. Jetzt zeigt mir nochmal an, was ich alles machen muss. 24 Holzbretter für die Heimatstadt lagern. Das kriege ich hin. 16 Weizengaben für die Heimatstadt. Die muss ich importieren. Die habe ich noch nicht. Die geflügelten Sandalen des Hermes beschaffen. Stimmt. Ich muss jetzt erstmal dieses Tempel-Dingsbums bauen. Die Heldenhalle des Perseus. Ich komme jetzt mal hier oben mit hin. Er braucht das Heiligtum der Athene. Das Heiligtum des Hermes. 16 Stränge, Wolle und 6 Skulpturen. Okay. Dann baue ich jetzt einfach ein Bildhaueratelier. Oder auch 2. Oder auch 2. Bis zum nächsten Mal.